Das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung ist ein als Verein organisiertes Wirtschaftsforschungsinstitut mit Sitz in Wien. Das FIFO verfügt über ein jährliches Budget von 12,5 Millionen Euro und gilt damit als größte österreichische Denkfabrik. Weitere österreichische Denkfabriken sind das Institut für höhere Studien, Agenda Austria und Eco Austria, Ziele und Aufgabenstellung. Erklärte Aufgabe des Instituts ist die Analyse der österreichischen und internationalen Wirtschaftsentwicklung. Mit seinen Analysen versucht das Institut zur Fundierung und Versachlichung der wirtschaftspolitischen Diskussion beizutragen. Als unabhängiges Forschungsinstitut mit empirischer Ausrichtung beschäftigt es sich mit der österreichischen und zunehmend auch mit der europäischen Wirtschaftspolitik. Bekannt ist das FIFO für seine kurz- und mittelfristigen Konjunkturprognosen, Organisation und Struktur. Die Rechtsform des FIFO ist ein Verein. Die Finanzierung wird durch Mitgliedsbeiträge der institutionellen Träger, Unternehmen und Privatpersonen gesichert. Öffentliche Fördermittel unterstützen die Grundlagenforschung. Seit 2005 wird das Institut von Karl Leiginger geleitet. Derzeit werden etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt. Geschichte des Instituts Das FIFO wurde 1927 als österreichisches Institut für Konjunkturforschung von Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises nach dem Vorbild von Ernst Wagemanns in Berlin ansässigen Institut für Konjunkturforschung gegründet. Zu dieser Zeit wirkte auch Alexander Gerschenkron am Institut. Als Nachfolger Oskar Morgensterns wirkte von 1936 bis 1939 Reinhard Kamitz als Leiter, der auch 1938 die Eingliederung in Wagemanns Institut durchführte. Das Institut wurde zunächst in Wiener Institut für Wirtschafts- und Konjunkturforschung und später in Wiener Institut für Wirtschaftsforschung umbenannt. Nach dem Krieg wurde das Institut unter der Bezeichnung österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung von Franz Nenschack wieder ins Leben gerufen. Ihm folgten als Leiter Hans Seidel, Helmut Kramer und Karl Leiginger. Im Februar 2016 wurde bekannt, dass Christoph Badelt im September 2016 Karl Leiginger in dieser Funktion nachfolgen soll. Forschung am WIFO Angewandte Wirtschaftsforschung ist der Kernbereich der WIFO-Arbeit. Die Tätigkeiten des WIFO sind in fünf Forschungsbereiche gegliedert. Makroökonomie und europäische Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarkt, Einkommen und soziale Sicherheit, Industrieökonomie, Innovation und internationaler Wettbewerb, Strukturwandel und regionale Entwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Die Gründer des WIFO, Ludwig von Mises und der späteren Nobelpreisträger Friedrich von Hayek gelten als führende Repräsentanten der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Nach dem Krieg setzte sich in der makroökonomischen Analyse am WIFO der Keynesianismus durch. Der enge Kontakt des WIFO zur Politik zeigte sich während dieser Zeit z.B. darin, dass der frühere Leiter Hans Seidel 1981 als Staatssekretär in die Regierung berufen wurde. Heute prägt eine Vielfalt von Methoden und theoretischen Ansätzen die Arbeit in den Forschungsbereichen. Gemeinsam ist ihnen die Ausrichtung auf angewandte empirische und wirtschaftspolitische Fragen und ein proaktives Politikverständnis bezüglich der Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft mit offenen Grenzen und zunehmender Globalisierung. Das WIFO verfolgt eine Beratungsrolle und versteht sich als Brücke zwischen Wirtschaftstheorie, Empirie und Politik. Die wirtschaftlichen Ziele schließen neben Wachstum und Einkommen auch andere Elemente einer Wohlfahrtsfunktion ein. Wie es in der Diskussion aufgezeigt wird, die das Bruttoinlandsprodukt als alleinigen Wohlfahrtsmaßstab infrage stellt. Die Osteuropa-Forschung stellte schon früh einen Schwerpunkt des WIFO dar. Sie wurde in den 70er Jahren zu einer selbstständigen Forschungseinrichtung, dem Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Die verstärkte Positionierung auf dem internationalen Markt zeigt sich an der Einbindung des WIFO in internationale wissenschaftliche Aktivitäten. Das Institut ist seit 2007 an der Erstellung der Gemeinschaftsdiagnose beteiligt. Das Institut ist Mitglied des European Economic Research and Advisory Consortium mit Partnerinstituten in Birmingham, Bologna, Cambridge, Madrid, München, Paris und Rotterdam. Das FIFO erstellt seit Ende der 90er Jahre U.A.R. die analytischen Grundlagen der Wettbewerbsberichte der Europäischen Kommission. Das FIFO ist Koordinator beim Projekt Ein neuer Wachstumspfad für Europa www.forurop, das im Rahmen des sieben Rahmenprogramms die wissenschaftliche Begleitung der Europa 2020-Strategie darstellen soll. Das FIFO ist Mitglied der Forschungsgemeinschaft Euroframe und erstellt auch Prognosen und Analysen für Deutschland. Was inoure Wachstumspfad. Was in ением